und den weg ne dann mach mal dahin genau und jetzt jetzt ist das problem jetzt fängt es erst richtig an der monster wartet in den schatten ich kann ihn hören wie er sich bewegt und it mocks my presence keine ahnung was heißt mocks mocks the presence keine ahnung was das heißt alter ich will das nicht spielen aber das macht spaß ich weiß jetzt was passiert ach so hier waren wir schon das ist das falsche library ist das falsche das waren das weinseller bedroom ändert sich der raum aber wie läuft das hier ich habe gerade irgendwie verstehe ich das hier nicht gerade muss das an einer bestimmten stelle sein da drin war ich schon kann man das da drüben auch ach so man muss nach oben gehen ok es war vorher aber auch nicht alles da das blut und hier peace was ist ein peace oh jemine geh mal nach oben hier hin alter einer schon so anfängt ah ok warum soll ich in den weinkeller gehen ich will doch nicht in den weinkeller gehen ich verstehe es gerade irgendwie nicht das muss ich doch das muss ich doch weg machen soll das auch ach so jetzt verstehe ich dass das hier unten ist ein ein teil der bücherei das andere ist der dunkle teil der bücherei ah ok dann habe ich es verstanden muss ich jetzt nicht nach oben gehen ist ein bisschen schwierig das zu passeln wenn man es nicht weiß ja genau der monster genau das es wartet im schatten und ob ich da wirklich reingehen soll seht ihr wenn das licht angeht nein natürlich oh das ist gruselig ähm die tür ist zugegangen mach die taschenlampe an alter da liegt er vor mir er pisst nicht alter ich kann nicht mehr was alter kann mir ich spreng ich hier mein gott ich hänge fest alter verpisst dich man machst mir angst du schwein oh mein gott kann ich kann ich vorbei oh mein gott alter alter ernsthaft oh mein gott fuck 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 alter verpiss dich verpiss dich verpiss dich hau ab hau ab scheiße also das ist das erste das ist das zweite buch ich muss irgendwie eine reihenfolge finden scheint nicht sie zu sein alter ist klar du portest dich du sau alter alter scheiße ja ist klar jetzt stehst du vor mir so jetzt haben wir es gleich das rätsel hatte das ist das letzte buch ja wir haben es geschafft ich habe gedacht haben wir ihn getötet aber da kam was raus ein token mit der inschrift km ok ich habe eine bronze münze gefunden aha unter des stairs kann ich jetzt hier hier normal rausgehen die puppe macht mir hat mich echt ein bisschen angepasst aber wenn man ruhig bleibt geht es eigentlich was ist das denn what the fuck was muss ich jetzt mit dieser münze machen muss ich die jetzt hier einsetzen oder ich glaube ich muss sie dahinten einsetzen oder das probieren wir jetzt mal ach scheiße die fuck gehen hau bloß ab ach er hat die zeit also irgendwas hat zingesetzt ich muss in den weißen raum gehen ich kann das manipulieren in den anderen räumen auf dem tisch also dann wollen wir mal wie geht das noch mal hier so was ist mir das hier ah ok vielleicht so ah ok müssen jetzt also durch diese ganzen räume laufen oder wie also wir sind hier die eingangstelle dann durch die bücherei dann durch den dings dann durch den keller und dann kommen wir da rein wo wir hin wollen wo ist das genau jetzt verstehe ich nicht welche tür müssen jetzt reingehen gibt es irgendwo ein geheim weg oder oder was das ist zu verschlossen ist ja auch zu verschlossen auf der anderen ach so wir dürfen nicht so viel rennen sonst was ist denn hier unten bloß ich trau mich hier unten gar nicht hin wollen wir mal runter gehen komm wir gehen mal runter um eh nichts zu verlieren ach das ist jetzt hier das ach so das ist der das ding was wir machen müssen genau durch die bücherei journal ich finde ähm haben wir bla und dann ist okay wir können es manipulieren es gibt aber nur einen weg hier durch durch die horrorhallen ach du scheiße What the fuck What the fuck Jasmine in blue Verstehe ich gerade nicht Ich schreibe Aha Blut in der Hand Aha Das ist jetzt ein Rätsel Das ich jetzt nicht ganz verstehe Einmal das ist doch Telling Also Sagt die Wahrheit Leftmost side Grün ist eine Lüge Die dritte Frame from the left Die dritte von Left Rightmost frame Und Berlin blue ist Honest Also Was war es denn jetzt Eins, zwei, drei, vier Okay die erste Kugel war es Dann haben wir das jetzt geschafft What the fuck Was ist da los Alter da gehe ich bestimmt nicht durch Nein ohne mich Oder ich renne einfach durch Komm Alter Fick dich Wir müssen hier Hä Du musst noch lange Verstehe ich gerade nicht Wenn man nicht mehr Das richtig gemerkt habe Hängt die ja hier rum So Mach mal die Türe zu Ich glaube dahin geht es weiter Oder Hä Verstehe ich nicht Muss ich denn jetzt dahin So Vielleicht ist hier noch irgendwas Hier ist ja der Bedroom Aber irgendwas muss ich ja hier machen Ich verstehe nicht Was Hä Okay 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 Jetzt habe ich auch Da kompletten Fehler gemacht Da hinten an den An den Globussen So Die Bücherei Nehmen wir mal den Ding Nochmal mit Ach ne Geht nicht mehr Vielleicht muss ich ja Andere Globussen finden Ne Ach ne Da oben sind die Globussen Aber ernsthaft Wo soll ich hier hin Ach Anscheinend Anscheinend komme ich oben nicht vorbei Das ist zu Shit Ich habe auch den Weg nicht gemerkt Das ist natürlich blöd Da ich den Weg nicht Hups Den Weg nicht gemerkt habe Ich verstehe jetzt nicht Was ich machen soll Jaja Das habe ich schon gelöst Eigentlich Eigentlich Global Frame Ich glaube ich muss die ganzen Frames finden hier Alter Die Die Poppen machen es auch nicht besser Ist hier irgendwo noch ein Eine Kugel Also ich Ich werde gerade nicht schlau draus Das ist echt ein bisschen Schwierig Okay Ich habe ja die Räume Nacheinander hingelegt Also heißt das Ich müsste eigentlich Hier weiterlaufen können Die Puppe ist ja besiegt Eigentlich Ach da ist ein Hebel Ich vollidiot Ah Da geht es jetzt Ah Man muss erst immer gucken Bevor man es macht Weil ich habe den Schall ja nicht gesehen Der blinkt zwar Aber ich habe ihn nicht gesehen Oh nein Nicht durch den Weinkeller Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ich habe ihn nicht gesehen Ich habe ihn nicht gesehen